200 stück gerade im studio angekommen so ein erster blick hier aufs album so sieht es aus wunderbar kann man klappen knaller die oberfläche ist matt fässt sich super an kommt natürlich in einer telefonierung und so qualitätsprüfung wir prüfen mal die langen version zeigt sich auch gleich alles wunderbar wird auch sofort erkannt und noch einen nächsten test hier kam kam das material ist aber auch matt sehr cool und dann haben wir ja was haben wir noch hier endless summer dragonfly jawoll so das war gerade die extended version und jetzt gucken wir mal ok witzig hier findet er die titel nicht ok jetzt schauen wir mal hier haben wir erstmal alle elf songs erster titel so diesmal gibt es keine skipp probleme also alles da habt ihr nur noch nicht erkannt aber das wird sicherlich im laufe der zeit noch kommen so also ein wunderbares album sieht mega aus fässt sich auch super an wunderbare haptik schön matt schön dick alles irgendwie schön knuffig und satt sehr sehr schön das ist ja so ein kleiner einschub hier muss man die 7 das bekleid rein machen ein 16 seiliges booklet mit all den schönen texten und dann hier